Ich finde, dass Karlsruhe eine gute Phase hat, haben zuletzt verdient in Würzburg gewonnen. Vorher sehr unglücklich gegen Nürnberg verloren mit einem verschossenen Elfmeter in der zweiten Halbzeit und dann hinten raus das Spiel verloren. Sie haben das gut gemacht, sehr gut organisiert, kompakt, intensiv unterwegs und haben dann auch im Umschaltspiel nach vorne eine Qualität. Wir werden alles dagegen setzen, um da unser Spiel durchzubringen, um Chancen zu entwickeln, aber auch defensiv vernünftig zu stehen, das ganze Ding, um dann erfolgreich zu sein. Ortskämpfe hört sich immer so ein bisschen nach Mittelalter an. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Ich finde einfach, dass diese Spieler natürlich eine Brisanz haben. Das ist auch gut. Dass es den Menschen viel bedeutet, ist auch gut. Dem dann Stand zu halten, da alles zu geben, das ist eine spannende Aufgabe, das ist eine gute Aufgabe. Aber wenn es dann um Ortskämpfe geht, dann geht es mir dann ein bisschen zu weit. Aber nochmal, wir haben die sportliche Verantwortung und der wollen wir für dieses Spiel komplett gerecht werden, weil wir wissen, was es den Menschen bedeutet, was es aber auch für uns bedeutet. Wir wollen uns da oben festbeißen in der Tabelle und und alleine aus diesem Grund schon werden wir alles geben, um dem Stand zu halten. Die Derbys, im kleinen Ruhrgebiet gibt es die auch. Natürlich hat das auch da eine Bedeutung. Das will man auch nicht ausbilden, das will man ja nicht wegschieben. Kann es nicht so tun, als wäre es ein normales Spiel. Es ist ein besonderes Spiel und wir wollen besonders gut sein, um da erfolgreich zu sein. Wir können jetzt nicht im Spiel darüber nachdenken, das wäre cool, wenn wir hier gewinnen. Das würde ja für die Zukunft viel auslösen, sondern wir wollen uns komplett auf das fokussieren, was auf dem Platz passiert. Und deswegen ist es gut, dass wir das wissen. Und es schafft mit Sicherheit Energie und man muss sich auch darauf einstellen, dass es intensiv ist. Aber es ist zweite Liga E, dass es da abgeht. Und dann wollen wir uns aber wirklich auf das reduzieren, was wir da draußen machen können. Die Gedanken anders drum herum werden uns da nicht helfen. . Vielen Dank.